Am Anfang, als es noch keine Worte gab für die Dinge, wussten die Gedanken nicht, was sie denken sollten und alle Dinge waren, sonst nichts, und genügten sich zu sein. Gib den Dingen die Freiheit, wortlos zu sein, und sie werden wieder beginnen zu duften, zu tönen, zu leuchten, zu sein.